Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Transport Fever 2 ich hoffe dass hier jetzt ein bisschen mehr geht sie können ja eigentlich wesentlich mehr produzieren aber sie tun es nicht die wollen einfach nicht oder wir gucken mal vielleicht könnten wesentlich mehr hier produzieren ihr könnt auch wesentlich mehr abtransportiert werden aber naja schauen wir mal wie es da weiter geht das haben wir hier 7 7 7 dann gut die sind ja hier schon auf Anstatt so sieht es hier bei unserer Brotproduktion aus da geht jetzt auch langsam ein bisschen mehr oh da ist nichts mehr im Lager ehrlich die könnten da wesentlich mehr transportieren dann spritier ja 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 ich ja ich ja 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 das ja Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Höfen Die kommen gar nicht mehr hinterher, oder? Geht auch schon wieder alles runter, ne? Hmm Hmm Das war's für heute. Na gut, läuft ja wenigstens, wenigstens das läuft einigermaßen, oder? Aber hier läuft gar nichts, ne? Ne, da läuft gar nichts, weil da kommt ja nichts, im Ernst jetzt? Warum verteilen die das nicht vernünftig? Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Ansonsten müssen wir das anders machen, da müssen wir hier oben noch reinlegen. Das ist ganz einfach. Jetzt müssen wir das noch einmal reinlegen. wir machen das jetzt hier auch noch wir machen jetzt hier die fabrik noch jetzt müssen wir aber hier unten das ding auch noch mal jetzt pass auf jetzt machen wir alle fertig Jetzt machen wir erst mal 10, die setzen wir auf die neue Linie und die nennen wir Getreide, Getreide, Gütertransport, Gütertransport, Getreide. Da werden wir aber gleich noch ein paar mehr drauf legen müssen. Die sind schon voller Produktion. Das muss ich jetzt erst mal ein bisschen entzerren und dann müssen wir hier auf jeden Fall noch welche draufsetzen. Das werden wir auch tun. Wahnsinn, ne? Aber ich würde dann Linie verwalten, ne nicht Linie verwalten, Fahrzeuge verwalten. Zack. Wird wieder verkauft. Na den brauchen wir nicht. Die möchte ich gerne wieder rausnehmen, ne? Weil das nützt uns nichts, weil da geht ja nichts bei rum, oder? Ja, das wäre ja jetzt echt vergebene Liebesmühe. Das habe ich gerade überlegt von hier. Nach hier könnten wir dann auch einen Transport mit Schiff von Passagieren machen. Aber ich würde ganz gerne... Womit geht das hier alles mit dem Straßenverkehr noch, ne? Ich mache es noch nicht. Nein, 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 ich mache es noch nicht. Hier könnte echt mehr kommen, ne? Ja, ich weiß, Lea. Ja, ich weiß, Lea. Aber wir haben auch noch nicht irgendwie... ... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Ja, also langsam müssen wir hier ein bisschen ersetzen. Das war's für heute. Der läuft ja eigentlich recht gut hier. Mal gucken. Der ist schon wieder runter. Das gibt's heute nicht. Jetzt wird's hier aber langsam eng, glaube ich. Aber hier noch eine Farm in der Nähe. Das war's für heute. Oh, da kommen schon die ersten wieder zurück. Das war's für heute. Jetzt bin ich mal gespannt. Also das wird, glaube ich, auf Dauer nicht rentabel werden. Ja, gut. Oh, jammer. Oh. Ja, hier kommt der nächste Büro Lebensmittelzug. Wir können wesentlich mehr produzieren eigentlich, oder? Weil hier ist auch so viel Zeug, ne? Ich bin echt auf überlegen, ob man hier nicht auch eine Zugänge einrichtet. Ich weiß nicht. Das wird ja gar nicht hier, oder? Da sind wahrscheinlich schon wieder zu viele LKWs hier. Was ja eigentlich nicht sein kann, ne? Weil hier steht ja auch schon wieder alles. Ich bin dann überlegen, ob es sich lohnt, das Ganze auch noch mit dem Personenverkehr nehmen. Was machen? Warum sind hier Lebensmittel? Warum? Da müssen wir ja nicht ganz so groß dran machen, oder? Ach, das Pistallen kann man reinnehmen. Das ist egal. So. Jetzt würde ich hier nochmal Passagierplattform reinsetzen. Das geht nicht mehr. Gut. Jetzt in die kleinen, die wir不行. Das sind die Technische Flugzeug. Und jetzt fern wir alles. Und jetzt in die Technische Flugzeug. Das ist die Technische Flugzeug. Eine Technische Flugzeug. Die Technische Flugzeug. Eher Bistanger. Das ist die Technische Flugzeug. Und jetzt in die Technische Flugzeug. Ich würde das einfach mal ausprobieren, das wäre ja nicht verkehrt, oder? Ich würde das einfach mal ausprobieren, aber ich würde das einfach mal ausprobieren, aber ich würde das einfach mal ausprobieren. Das muss ja nicht ganz so lang sein, korrekt am Ende, dann machen wir hier nämlich gleich noch einen, würde ich sagen, Personenverkehr. Ich weiß, brauchen wir nicht, aber machen wir trotzdem hier hin. Doch, nee, war trotzdem wohl, oder? Jetzt würde ich aber erstmal sagen, wenn wir schon hier oben sind, dann richten wir jetzt erstmal hier den Nahverkehr ein, oder? Und zwar brauchen wir jetzt erstmal Gebäude. Ich würde das einfach mal ausprobieren. Warte mal, nee, ich muss erst saugen. Wir müssen erst mal hier Gebäude ranbauen. Wir müssen erst mal hier. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.